Unsere Praxis am Amtsgericht Charlottenburg bietet Ihnen das gesamte Spektrum der modernen Urologie für Männer, Frauen und Kinder in einer ansprechend entspannten Atmosphäre. Dieses beinhaltet die Krebsvorsorge wie auch die Behandlung von Harnwegsinfektionen, Tumorerkrankungen, Harnsteinleiden und Störungen der Zeugungsfähigkeit oder Potenz. Wir sind spezialisiert auf die Behandlung urologischer Tumorleiden, setzen modernste medizinische Techniken und schonende Therapieverfahren ein. Besuchen Sie uns in der Holzendorfstraße 19 in Berlin-Charlottenburg. Unser Team heißt Sie gerne willkommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017